Ein Mann kommt nach Deutschland. Ein Wehrmachtssoldat kommt 1946 nach Deutschland zurück. Er war lange weg, der Mann. Sehr lange. Vielleicht zu lange. Was ist zu lange? Er hat tausend Nächte draußen in der Kälte gewartet. Und er kommt ganz anders wieder, als er wegging. Erst mal rück! Rück! Ich habe bei jedem Schritt Angst, dass es rückwärts geht. Vorwärts, rückwärts, oben, unten. Morgen liegen wir vielleicht schon im Wasser. Da. Ein Mann. Ein Riese. Die ganze Zeit schon. Lass mich! Nein, Eckmann. Sind wir die Gesandten? Allwärts Bekannten? Und warten im Blut. Ja!